Wenn du es um den Riesern gemacht hast... Boah! Muss los, alter! Ich geb euch allen ne Bombe! Boah! Ich geb dich die Hütte! Ich geb dich die Hütte! Was ist das für ein Müll? Junge, kletter doch doch so! Was ist das für ein Ecke? Komm noch, der dritten? Ja, Exodus! Uiuiuiuiuiuiuiuiui... Hast der Dancer 4 oben alle gut? Ohmg! Der ist... Er ist mit ner Shadow Claw up! Der Map ist reichen... Nein, die map ist Exodus. Guck mal, der ist mit ner Shadow Claw up! Ja, wollen wir die schluckt haben... Tony Black hat mich umgebracht, ich kann jetzt... Offiziell überhaupt nicht, wurde von... Oh, mann, alter... Frag mich doch, wie soll ich... werden euch heute nicht gebaden, weil ihr namens so geschützt Ne, ey ich wollte gefickt mal Oh kaputti wurde... Wow was ist das für... Was ist das für ein Kack? Das ist doch... Das war glaub ich bei Lyftik mal Ja wo kommt der her? Aus seiner Mutter Ja lustig, Alter Ja das ist zu geil diese Map Ja Man hat keine Shorts an diesen scheiß Stellen Digga du Monster mit einem... Ich mache keine Kills Digga Der macht Kills Wie schlecht ist das gemacht? Was für Junge? Oh mein Gott, Aua Mein Gott, was ist das denn für eine Kotze? Das ist einfach AIDS diese Map Wie ihr da rummöpft wie ein Affe Trickster, du musst ein Shotgun spielen Ich spiel das auch schon Du musst Shotgun spielen, ich spiel gleich auf Ja, hab ich doch gesagt Ja, der rummöpft wie ein Affe Boah ey wie der rummöpft Jetzt muss ich auch schwitzen, damit man was gegen ihn machen kann Mann, das ist doch lächerlich Aber so warm ist das NIE NIMMST DU BITTE 5 KURIGHT MARKER Ne Junge Das ist einfach AIDS, Alter Diese Map ist so scheiße, ne Man fightet immer gegen 5 Leute Jedes Mal Ja, ist doch geil Das ist doch geil Ey Stolperfalle verpiss dich Noch Wäldchen Okay gut, ich hab ne Drohne Wie er mich holt Obwohl ich ihm 5 BIT MARKER gebe Digga, Kuda, Mann Ey, kann ich jetzt auch mal Damage machen, Digga Ich geb ihm die ganze Zeit 5 BIT MARKER Und dann kommt der mit einer AVK Nu Scheiße, Alter Ja, moin, das war nicht mein Kerl Alles klar Rein, Digga, ist down Ach meine Fresse, Digga Das ist doch einfach AIDS Gutes Map dieser Aids zu los Geh das mal an Wie das schmilzt Wie kann man auf Exodos So hart schwitzen, Digga Junge Ey, er rutscht und springt, Alter Ey, Junge Digga Der rennt nicht normal rein Der springt An allen Ecken Mein Gott, das ist doch auch ne Kotze Ja, komm schon, Mann Du Scheißschwitzer, Digga Das ist doch beschissen, dann ist ja das Shotgun Schlafwelten Ja, wie hält der mich? Digga Digga Woher weiß der sterben Ich щit ankommen, Mann Woher Oh kaputt, hat ein Stみ Oh3 Meine Fresse Die Polizja Map ist so Scheiße, Mann Du musst einfach mit ner Hohrenfreiraat spielen Der von P irgendwo h8 Da ist ja schau das erträume das hat dann pflicht ja digga man das ist sicherlich so nummer avokal mann alter diese körper digga ich einfach nur alter avokal ist so nubig mann oh mein gott sei zu scheiße so komm gib mir mal krm oh mein gott hier in der mitte gammelt was ist das guck mal ich konnte einer double so komm feindlich shadowclaw so gut geht kann kann ja guck mal da und plädie mit einer shadowclaw haus du kannst halt jeden gang bewachen für die geringen sony black das ist ein witz das ist ein witz ganz ehrlich ganz ehrlich ich hätte ein trüppel nein dieser scheiß rüppel ey mann er kommt mit digga ich stehe einen meter vor ihm ein meter er connected nicht wie gut ist der flammenwerfer denn so gut und ich sterbe ein 2 hater wegen der scheißreiniger es macht keinen spaß die gar schon hier auf den körper kommen 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 schon mal ja genau alter kommen schon wächter bitte mach was machen war es ist so gut bernstab immer mal eine schelle kreisler genau ich will die schelle klar haben ich habe das du kannst du nicht es ist auch die schütte den weg alles Alex, ne? Ok. Spawn natürlich hinter mir. Spawn natürlich hinter mir. Aber mein Whipper, ne? Ich stehe vor ihm, ich drücke die ganze Zeit, damit die angreifen. Ich mach doch auch nur nötig. Wieso mach ich nur nöt mal, erklärt das? So. Gehen wir mal bitte gleich wieder deine Shadowcore gegen. Ja. Aber das ist einfach Aids, ne? Ich bin 2 vor Hater, aber ich hab den, glaub ich, nicht mehr. Ah, nein. Alter, frag. Komm, 2 vor Hater, ich will den eigentlich noch... Könnte belastend werden. Belastend. 10er Streak. Komm. Einen Kill noch, dann hab ich Hater. Obwohl wir den noch eben erreichen für die Steps. Ach. Havokar, Mann! Digga, das gibt es nicht wie er. Einfach. Ich bin halt noch nicht mal auf den Teil gelangen, wo der seine, ähm, äh, den Schwerkraftschacheln einsetzt. Ich bin noch in der Luft und trotzdem hol sie mich. Hab wieder eine 15er Streak gehabt. Blöcke. Ich bin noch nicht mehr. Oh. Ich bin noch nicht mehr. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020